so ich glaube wir können auch dem mal seine nachs geben ich glaube hier gibt es keine mehr denke ich mal bürger 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 geht weiter ich bin raus aus dem nack geschäft und habe nichts zu verkaufen hier habe ich deine nachs rocker ich bin wieder im geschäft außer dankbarkeit kann ich euch nichts anbieten aber wenn ihr mir mehr von denen bringt gebe ich euch was ich so finde naja hier ja 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 ich glaube wir gehen mal in die schenke ich habe dorst und mit trockener kehle kann ich nicht kämpfen im tornei schenke es geht ja das ist die schenke das orde lortelmi ora oran oran nevin shankainen ok tun wir mal hier ein speichern schenke speichern und dann reden wir mal mit dem nevin hallo nevin seid gegrüßt sucht ihr einen stuhl zum gemeinsamen trunk ich bin so frei ich empfehle das flechtenbier es wird hier im keller gebraut ich heiße nevin und gehöre zu prinz belens expeditionseinheit und ihr mein name ist gray und ich bin ein grauer wächter dachte ich mir schon aha die wächter sind gute leute ich habe mal einen in den tiefen wegen getroffen wie hieß er doch gleich duken dunker oder so ähnlich ihr kannte danken ja hab ihn getroffen guter mann aufrecht er weiß was wir in den tiefen wegen mitmachen das wissen nicht viel nicht mal die die hier leben da muss man schon an der front sein wem bekämpft denn eure einheit dunkle brut solange das gezücht lebt lohnt es sich nicht die waffen auf jemand anders zu richten und du arbeitest also für b ich gehe wohin man mich schickt kämpfe dort und kümmere mich nicht um politik ich war noch nie in den tiefen wegen jeder graue wächter endet dort da schicken sie euch hin wenn ihr bereit seid diese welt zu verlassen sterben in der dunkelheit und so viel gezücht mitnehmen wie möglich in letzter zeit ist dort zunehmend mehr los plötzlich interessieren sich ziemlich viele dafür wir gehen morgen wieder rein und wir sind nicht die einzigen wer schickt euch denn hinein wählen beim ersten glockenschlag in vier gruppen wir sollen die alten teigs durchsuchen nach spuren von branca vermute ich hinter der sind sie offenbar alle her wer geht noch ein lord haramons manor alle suchen nach spuren von branca okay die stadt braucht wohl wieder einen paragon jeder will dass irgendeiner das router übernimmt und was genau sucht ihr da noch wählen beim ersten glockenschlag nach spuren von branca vermute ich danke ciao 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 die politik in osama ist fast genauso gefährlich wie eine schlacht ja 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 hi cora Ihr müsst der graue Wächter sein, die ihr gespielt habt. Willkommen in der Schenkel. Ich bin Cora, eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gerne mehr über die Stadt. Und dafür kommt ihr in die Schenkel? Ja, da lasst uns gut was hören. Ihr wollt sicher nicht die offizielle Version, sonst werdet ihr in der Halle der Bewahrung. Aber die Maulwurfsicht kann ich schon liefern. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die ich unbedingt sehen muss, die mir nicht auffallen? Die Adligen bleiben oben, außer wenn sie sich unters Volk mischen. Dort sind auch die Versammlungen der Palast, die Halle der Bewahrung und jede Menge Anwesen. Unter uns ist nur die Stadt des Staubs oder die Ninen und ich empfehle maximalen Abstand. Sie gehört nicht zur Stadt. Das sind nur ein paar alte Tunnel, wo die Kastenlosen hausen. Dort geht man nur hin, wenn man muss. Wenn ihr Spaß wollt, müsst ihr zum Tournai. Und was ist das? Eine Gelegenheit für die besten Kämpfer von Orsama, sich zu messen. Heute findet ein Turnier statt. Der Platz liegt zwischen hier und dem Diamantenviertel. Ich suche jemanden. Ja, vielleicht kann ich helfen. Ein Mann namens Orbel. Das ist der da in der Ecke, voller Staub von den Minen. Gesprächig ist da aber nicht. Ach ja, und ich suche noch wen. Darf es noch etwas sein, Wächter? Ja, ja. Vielleicht kann ich helfen. Ich suche ein Zwergrotes Haar, Wutberücke Orgrim. Er müsste beim Müllfass sein. Was? Leicht zu finden. Alle machen einen großen Bogen um ihn. Hm, okay. Ach ja, und ich möchte was trinken. 52 Sorten Bier, 17 Sorten Mead und einem Dutzend importierter Weine sollten wir auch uns nicht weit treffen. Was darf's sein? Wir machen eine Runde! Eine Runde eures besten Suppen für das ganze Lokal und mich! Da ist aber jemand großzügig. Eine Runde Valentas Rota für alle! Das ist der Paragon der Biere. Das Beste, das für Geld zu haben ist. Prost! So, jetzt rennen wir mit Orde. Ist ja 5, ist schnell speichern, ne? Ja, okay. Hi! Was starrt ihr mich so an? Ich darf stornen, so viel wie ich will. Bist du Orde? Möglich. Sie glaubt, sie würde sterben, um das Ding zu behalten? Sie weiß, was sie tun muss, um nach Hause zu können. Ich wollte nicht, dass sie geht. Nur der Bastard. Versteht sie nicht, dass ihr Leben besser sein kann, wenn sie ihn los wird? Ja, aber es ist ihr Baby, kein Bastard. Und sie liebt ihn. Sagt ihr, wir wollten ihr nie wehtun. Es schien einfach das Beste zu sein. Sie soll einfach nach Hause kommen. Ihre Mutter und ich werden sie erwarten. Na hier, geht doch. Nervöse Abenteuer. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Seid ihr von der dunklen Brut verdorben oder einfach nur wahnsinnig, mein Freund? Es gibt ältere Dinge als die dunkle Brut. Wenn man erst einmal mit drin hängt, dann finden sie einen. Ähm... Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt! Nehmt sie! Ich will nicht mehr! Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden. Niemals! Entfesselt! Drei verwitterte Pergamente mit drei Versionen derselben unvollständigen Geschichte. Ah, okay. Ach, ich mache einfach mal schnell Sparen. Jetzt reden wir mal mit Lord Helmy. Lord Dinek Helmy, ehrbarer Dash hier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs Strengste missbilligt. Ihr versteht, was ich damit meine? An der Oberfläche gibt es keine Kasten und das funktioniert gut. Stimmt doch, Wächter. Oder nicht? Deine Meinung ist ganz schön. Ich meine, du sitzt in der Versammlung und bist trotzdem nicht für Kasten. Oder wie darf ich das verstehen? So ist es. Ihr wisst sicher bereits, dass ich ein Nichtsnutz bin, der in der Schenkel sein Leben verseuft. Und wurde größte Schande der Versammlung aller Zeiten erwähnt? Das fand ich immer besonders schön. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashies ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Osama ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Wie funktioniert denn überhaupt dieses Kastensystem? Ich kenne das nur aus Indien. Das kennst du nicht. Schlecht. Ach, ihr meint das ernst. Nun, ganz einfach. Ganz oben stehen der König und die gewählten Dashies der Versammlung. Dann kommen die Adligen. Als nächstes Krieger und Handwerker. Ganz unten sind die Diener und dann noch Kastenlose und Verbrecher. Die Kaste wird bestimmt vom Elternteil, dessen Geschlecht ihr habt. Und da bleibt ihr dann den Rest eures Lebens, ungeachtet eurer Fähigkeiten. Ich und 79 weitere herausragende Beispiele für die Unsitte, trotz aller Geburtsrechte und Privilegien, immer noch mehr zu wollen. Für wen stimmst du? Vermutlich hat keiner der Kandidaten das Diamantenviertel je verlassen. Aber Lord Haramont scheint mir ein wenig nachsichtiger. Prinz Belen ist brillant. Das gestehe ich ihm zu. Und sehr raffiniert. Aber ihn interessiert nicht Osama, sondern nur der Sieg an sich. Okay. Danke für den Hinweis. Dann drehen wir mal mit Ogren. Was wollt ihr? Grüß euch. Hey, ich habe von euch gehört. Die Welt steckt in der Krise und ein grauer Wächter von der Oberfläche beehrt uns. Ja. Es heißt, ihr hättet euch vor Haramonts Karren spannen lassen. Ich dachte, vielleicht könntet ihr mir, nun ja, bei der Suche nach Branka helfen. Aber ich schätze, ihr seid einfach genau wie alle anderen. Wie welche anderen? Macht hungrige Lords. Denen geht es nur darum, wessen Arsch auf dem Thron sitzt. Spielt nicht den dummen Wächter. Ihre Lakaien kommen nur zu mir, wenn sie etwas wollen. Und solltet ihr die Geheimnisse eines Paragon wollen, könnt ihr sie schon selber finden. Also Branka ist ein Paragon, das weiß ich ja mittlerweile, ja. Sie ist der einzige lebende Paragon der Stadt und wird seit zwei Jahren in den tiefen Wegen vermisst. Zwei Jahre und niemand hat einen verdammten Suchdrupp zusammengestellt. Was geht euch das an? Wollt ihr hinter ihre Geheimnisse kommen? Hat euch Haramont deshalb hergeschickt? Ich weiß, dass er versucht hat, etwas über sie herauszufinden. Und zu verstehen, wonach sie gesucht hat. Aber sie hat selbst mir nichts erzählt. Will er ihn für sich haben? Ein klein wenig vergessene Technologie der Ahnen, um Belen aus dem Rennen zu werfen? Was denn, wenn ich ernsthaft helfen wollte? Das genügt nicht, aber danke für die Geste, Wächter. Und versucht ruhig durch eure Stiefel-Leckerei an Informationen zu kommen, die ich nicht habe. Ich weiß, dass sowohl Haramont als auch Belen nach ihr gefragt haben. Zwei Jahre ohne ein Lebenszeichen von ihr. Und jetzt wollen sie plötzlich nach ihr suchen. Wenn ihr herausfindet, was sie wissen, könnte mich das einen Schritt weiter bringen. Oder ihr bleibt einfach hier und trinkt. Es ist mir egal. Wird? Komm schon. Verschwindet, Staubfresser. Was gibt's Neues im Journal? Findet Fiddleston Ruck? Teilen der Magier. Das wissen wir ja nun. Prinz des Prinzen. Dieb im Haus der Lehre. Such weiter nach dem Dieb. Ausging er ihn und findet Ort und Teilen unter dem Ort aus Familie. Zalinda, keine Reine. Achso, genau. Wir gehen jetzt mal zu Zalinda noch schnell. Bevor wir uns hier in das Torei stürzen. Und wir müssen auch den Dieb noch finden. Wo finden wir denn den Dieb? Siegereich im Krieg, wachsam im Frieden sein, Opfer bereit im Tode. Leitspruch der grauen Wächter. Beth there is, the Beth there was, Beth there will be. Kennt ihr das? Ich schon. Dahin war doch noch so eine komische Tür, ne? Was ist denn da eigentlich? Da, die da. Ist abgeschlossen. Ihr seid zurück. Ich dachte, ihr kämmt nicht mehr. Was hat er gesagt? Du darfst nach Hause kommen. Beide? Das glaube ich nicht. Er hat von meinem Sohn immer gesprochen, als sei er Abfall. Er nannte ihn immer Es. Aber vielleicht hat ihn Mutter überredet. Oder ihr wart es. Oh, ich kann euch gar nicht genug danken. In einer Geschichte würde mein Sohn später als Ritter in eure Dienste treten. Wenn er erwachsen ist, schicke ich ihn zu euch. Das verspreche ich. Okay. Was ist denn das für eine Tür? Ich will da hin. Klopfen mal. Kann man da klopfen? Da hat er. Die sind schön aus passiven Stellen. Nein. Bei der Wüste fällt dir ein kleiner verbogener Schlitz auf. Auf großgeräne. Durch den Schlitz sehen. Du siehst dich als Schmerz nichts tun. Hm. Ich dachte, ich kann klopfen. Sei nicht. Was ist denn das für eine Fratze? So, also müssen wir den Dieb dann noch weiter. Was haben wir hier noch? Der Baron der anderen Art. Okay. Blackstone-Fahrersteller. Pflichtversäumnis. Denerim. Okay. Also die haben wir ja schon gefunden. Gut. Oh.